So, aber wir müssen erst mal wieder die Aufnahme starten, das ist jetzt passiert. Wir sind jetzt wieder im normalen Modus unterwegs. Der letzte Part war ja ein reiner High-End-Sieg-Modus. Come on, let's go! Alle sind da! Alle sind da, wir starten einfach mal und gucken, was passiert. Denkt dran, euch jetzt wieder zu muten. Wo ist Dani eigentlich? Hallo, hallo, hallo. Ja, aber ich spiele heute mit Dani, der ist heute safe dabei. Dani hat gesagt, der ist heute safe dabei, aber bisher ist er leider nicht da. Wir werden sehen. Jetzt wird erstmal gekillt. Wir werden sehen, was passiert. Natürlich, dafür spielen wir zwei Impostierern. Dachte ich auch. Und auf Mira. War ein schönes Muster. Aus dem Zweisemal. So, oh, ich muss mich scannen, okay. Ach nee, das ist nicht scannen. Ah, das ist der Quatsch, den man jetzt startet und dann kommt man nach einer Minute wieder, ne? Genau. Dann kommt man nach einer Minute wieder. Gut, das kann ich theoretisch auch als Geist machen. Oh, wir haben gleich alle Wires. Okay. So, ich möchte sagen, ich kann es nicht gewesen sein, ich war zehn Minuten zu unfähig, die Karte zu ziehen, okay? Das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir, weil ich dich gar nicht ganz anders stehen sehe. Es ist mal meine Wires sind kaputt, zweitens, ich bin nicht mit im Call, bei mir ist alles schwarz. Ja, wir hören nicht, aber du bist im Call. Okay. So, also, kann mir mal jemand sagen, wer die Leitz ausgemacht hat oder angemacht hat, wieder? Wer hat die ausgemacht, das ist gute Frage. Nee, wer hat die Leitz, ich habe sie ausgemacht. Ja, wer hat die Leitz wieder angemacht, freiwillige vor? Äh, das war ich. Das war... Okay, lag da noch kein toter Koninko 89 direkt neben den Leitz, als du die Leitz wieder angemacht hast? Nein. Okay, weil der lag genau neben den Leitz tot. Okay. Ja, okay, aber wer hat jetzt das Licht ausgemacht? Ja, aber dann wäre es auch logisch, dass er die Leitz wieder angemacht hat und dann halt gestorben ist. Ja gut, aber Reggie hat ja gerade gesagt, dass er die Leitz wieder angemacht hat. Ja, okay. Deswegen hatte ich diese Frage gestellt. Also Reggie ist ja gelogen. Deswegen hatte ich diese Frage gestellt. Okay, verstehe. Es hätte ja auch sein können, dass niemand was sagte. Wäre klar gewesen, okay, der Imposter hat den gekillt und die Leitz wieder angemacht und ist dann gegangen. Ja, verstehe, verstehe. Also Reggie sagte, er hat die wieder angemacht und da war noch keine Leiche, okay. Also ich kann ja mal sagen, wen ich da in der Nähe noch überhaupt rumstehen sehen. Ich habe Robchu gesehen, der stand aber gerade an diesem Refill-Ding. Und als ich in Admin, also ich kam gerade aus Admin und bin nach Electrical gegangen, da stand noch Benni, glaube ich, an dem Upload-Ding. Reggie hatte ich da auch noch kurz gesehen, stimmt. Also ich kann auch sagen, kurz bevor ich dazu geschützt bin, ist Conan von rechts gekommen. Genau. Also als ich in Storage war. Also Conan ist der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Conan ist Crewmate, Leute. Conan ist Crewmate. Also Conan ist der Einzige, den ich die ganze Zeit lang nicht gesehen habe. Was war jetzt wieder dieses kurz bevor? Wo hast du mich gesehen? Warte, 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 warte. Ihr habt so eine gleiche Farbe, scheiße. Ich habe noch gesehen, dass er in Schwarz oder in der Brau. Also Robchu ist nach der Track gar nichts. Das war, das war Robchu wahrscheinlich. Das war Robchu wahrscheinlich. Conan ist Crewmate, Leute. Das kommt hin, der stand in Storage und der war vorher rechts, der hat, glaube ich, den Download gemacht. LOL. Oh, was habt ihr getan? Alter. Wir haben den Donald gebootet. Liga, was? Ich kann ja nichts dafür, dass ihr nicht skippt. Okay, ich muss dran denken, wieder zu skippen. Oh mein Gott. Wenn ich skippt, wenn ich skippt, dann bestraft. So, ganz einfach. Wenn ich skippt, wenn ich skippt, dann ist das dumm. Ich habe nicht geskippt, ich habe mich selbst gebootet. Wir müssen wieder skippen drücken. Skippe ich nicht mehr. Spiel ist komplett kaputt. Oh, andersrum. So rum. Oh nee, Robchu hat doch was an. Ich habe gelogen. Okay, Robchu geht hier hin. Ist oben jemand? Nee. Dann ganz schnell. Ja, das ist tatsächlich niemand. Äh, 1, 9, 5, 9, 5. Zack. Uh. Das war knapp. Das ist tatsächlich zeitlich schon immer ganz schön kritisch, ne? Muss man schon mal sagen. Ah, ich kann die Minute das Ding jetzt abholen. Oh mein Gott. Und wie, okay, jetzt ist das andere. Perfekt. So, vielleicht darf ich jetzt mal die Wires hier machen. Perfekt. Dann haben wir nur noch in Electrical drei Sachen. Sehr schön. Ach ja, okay, und dann kommen noch mal neue Lights dazu. Und der Download, okay. Na gut. Es verschiebt sich noch ein bisschen, aber wir haben es dann gleich durch. Sehr nice. Ist aber jetzt nichts mehr Neues passiert, ne? In letzter Zeit. Nichts, nichts wirklich weltbewegendes. Da ist jemand gerade gelaufen. Aber ich sehe auch keine Leichen. Auch gut, keine Leichen zu sehen. So. Der letzte nervige Task. Und dann haben wir nur noch den einen links da unten zu erledigen. Ja, okay. Also. Ich habe ein paar Observierungen mitzuteilen. Erstens, Benni ist ziemlich sicher innocent, weil da stand literally die ganze Stunde AFK am Meeting-Table rum. Ja, darf ich kurz? Ich habe auch Bilder im Discord gescheckt. Bei mir steht durchgehend, der Donald was ejected. Ah, cool. Ist ja auch wahr. Ja, okay. Ich meine. Okay, also Benni. Ja, dann geh ich nochmal raus und wieder rein. Ja, genau. Mach das mal am besten. Dann haben wir jetzt effektiv eine Dreierrunde. Oh, shit, stimmt. Dann bleibt er nur noch Rechi als. Zweite Observierung. Robchu ist definitiv schon eine ganze Weile tot gewesen, weil ich stand an den Kameras. Oder beziehungsweise ich stand noch nicht an den Kameras. Ich habe da die Wires gemacht. Dann habe ich den an die Kamera gestellt, habe die Kamera geöffnet und es lag halt direkt vor Navigation, also mitten auf der Kamera sichtbar. Robchu da schon tot rum. Dann kam gerade Rechi von hinter mir, hat aber nichts gemacht. Und dann bin ich einfach schnell dahin gerannt und habe den reported. Also er war schon eine ganze Weile tot, schon mindestens eine halbe Minute oder so. Ja, ich bin auch eigentlich der Meinung, du hättest mich töten können, als ich da das O2-Ding ausgemacht habe. Da war keiner sonst in der Nähe. Du dürftest auch keinen Cooldown gehabt haben. Du hättest mich halt auch ein paar Mal töten können. Also wir waren ja auch in Electrical eben kurz alleine. Ja, da ich aus Sicht eines Crewmates spreche, will ich dich eigentlich nicht töten. Also Xehan hätte mich auch gut killen können. Und dann bin ich mir nicht so sicher. Und dann bin ich nicht so aufgelegt. Ich glaube nur einmal... Ja, bei einer von euch beiden muss es ja sein. Ich finde es so gerade dumm, dass ich noch nicht vorher auf die Kamera geguckt habe, weil der Kill ist halt genau vor einer Kamera passiert. Also der war voll sichtbar gewesen. Also wäre jetzt Benni halt nicht raus, würde ich mich schwierig entscheiden. Aber aktuell wird... Also irgendwie... Ich weiß nicht... Tendiere ich zu Veggie. Ich muss ja nicht sagen, ich leider auch. Kannst du... Willst du dich irgendwie verteidigen oder nein? Okay. Ich hab Benni geworzelt. Ich wollte Benni geworzelt, aber ich hab's dann nicht gemacht. Ich hätte halt weder zu Benni noch zu Veggie was sagen können, aber Xehan schließe ich eigentlich gerade gedanklich aus. Das ist so mein Ding. Ich hoffe, ich bin da richtig. Eigentlich dachte ich, ich könnte Xehan noch an den Camps gehen haben, aber ich hatte noch 30 Sekunden Kohle da raus. Ich hab die Leits angemacht, Leute. Ich hab doch gesagt, der Lüb. Ja? Mein Gott. Keiner glaubt mir. Nee. Ich hab die... Hopio, halt die Fresse. Ich hab die Leits angemacht. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ja, also das war halt meine Überlegung. Die hab ich äh... angemacht. Ja, ja, ja. Meine Überlegung war halt gewesen, also entweder der Imposter sagt jetzt nichts oder der Imposter sagt was. Aber... Ja, der Anders Unländsch hat was gesagt. Tja, Case Clause. Ja. Ja, das war eigentlich schon... Es hätte eigentlich schon ziemlich klar sein müssen, dass er es war, aber... Ja. Was ist denn mit Benni? Benni geht ein Spiel wieder. Ich dachte, es gibt zwei Imposter. Also ich war eigentlich beleidigt, deswegen hab ich gern Bock gehabt, die Fehler reinzudenken. Benni ist nicht mehr mute. Benni arbeitet an der... Nee, ganz ehrlich, zwei Imposter mit sieben Leuten ist aber auch ziemlich scheiße. Ja, nicht auf Mira. Bei Mira. Doch. Eigentlich schon. Eigentlich auf jeder Map. Boah, ich muss jetzt mal richtig hart scheißen. Geil. Mach fertig. Okay, alle wieder da? Ich bin nicht rausgekommen. Ja, sieben von 15, sehr schön. Oh. Okay. Sieben von 15. Ich hoffe, dass wir nicht viel abspielen. Lief doch schon mal ganz gut, wenn du... Also wenn du nicht rausgeflogen wärst, wär die Runde spannender gewesen, weil ich hätte zwischen Regi und dir nämlich nicht so gut entscheiden können. Ich hab nur Xeon ausgeschlossen. Dadurch war dann Regi für mich halt. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Wer war's denn jetzt? Regi. Benni war's. Okay. Okay. So. Wir sind natürlich wieder Coomade in der Rolle des Coomades. BG, ich muss die Karte machen. Fuck. Tatatam. So. Dämliche Lights. Interessiert keinen. Jan hat gesagt, er muss die Karte machen und er war auch bei der Karte. Ist das jetzt ein gutes Schauspiel oder war er da wirklich? Man weiß es nicht. So. Benni macht hier Task. Das ergibt auch alles Sinn. Counter kommt dazu. Okay. Wir machen mal Wires. Ah. 9, 9, 7, 5, 4. Ah. Sehr schön. Ich find's bei Benni bisschen sus, dass er einem so hinterher rennt. Das würde er auf irgendwas warten. Aber vielleicht muss er halt auch die Tasks machen. Würde ja Sinn ergeben. Und das ist in O2 gewesen. Okay. Dann geh mal ganz kurz hoch zu Upper Engine. Ah. Benni rennt schon wieder hinterher. Zack. Und wieder runter. Oh. Hallo. So. Äh. Robchu liegt zwischen... Nee. Nicht zwischen. Er liegt in Lower Engine. Stimmt doch gar nicht. Hahaha. Doch. Ich bin von Upper Engine runtergelaufen und bei Lower Engine liegt Robchu. Aber die Karte... Mir ist Benni eine ganze Zeit lang hinterhergelaufen. Also den habe ich zuletzt da unten gesehen, aber das heißt nicht zwingend was. Irgendjemand von Leben hier hat mich nicht gekillt. Ich glaube von oben kam noch... Ja, ja. Ich stimmt. Wetschi bist du gerade von oben runtergekommen? Warst du das bei Upper Engine? Nein, ich will ja. Ich will ja. Irgendjemand kam mir gerade bei oben entgegen. Gott, wer war das denn? Wer ist mir gerade kurz bevor der Tod kam jetzt bei Upper Engine entgegen gekommen? Also Colin, du bist hochgegangen zu Upper Engine und äh... Ich habe da dieses Ausrichten von dem Ding... Ja. Und wir sind jetzt bei der Reaktion. Upper Engine ist ganz oben links, ne? Richtig. Ja, genau. Ich glaube da bin ich gerade langgelaufen. Ah, dann warst du das. Ich bin aus der Cafeteria gekommen. Dann warst du das. Ja, dann warst du das. Das warst ziemlich sicher du, glaube ich, weil wir hatten uns ja vorher noch... Ja, genau. In Happens gesehen und du warst dann links weitergerannt, genau. Genau. Benni, was hast du gemacht nachdem du... Wo wolltest du hin? Du bist mir so viel hinterhergelaufen. Ich fand das ein bisschen merkwürdig. Ähm, ich bin dann, ey, ich bin... Als wir uns getrennt haben, bist du zu Upper Engine gegangen und ich bin in den Reaktor gegangen, die Zahlen von 1 bis 10... Und da hast du aber sonst niemanden gesehen. Und dann ist der Report. Ne, ne. Ich will aber auch sagen, ich bin Wissenschaftler und der A-Kill müsste vor 3, 4 Sekunden... Ja, weil wir sind ja da erst durchgelaufen, also das kann ja nicht lange her sein. Ich bin ja nur hochgelaufen zu Upper Engine, hab dieses Ding ausgerichtet und jetzt muss ich das Ding bei Lower Engine noch ausrichten. Dazu kam ich aber nicht, weil da lag dann plötzlich Robtsch rum. Hättest du ja trotzdem machen können, ne? Ne, ich hab dann lieber mal reportet. Weil es ist ein bisschen weird, wenn da jemand gerade ausrichtet und dann kommt jemand rein und steht vor der Leiche rum. Aber jetzt aber ganz wichtig zu skippen, damit nicht wieder irgendjemand rausgevotet wird. Konnen voten oder wie? Ja. Nein, natürlich nicht. Jan hat's gemacht. Ja, Jan ist Jan. Perfekt. Ach so, hat das denn heißen? So. Okay, also. Ich bin immer noch so ein bisschen Benni gegenüber Sassy, aber mal gucken. Da kommt er wieder. Unge, du gefällst mir gar nicht. Okay. So. Also jetzt Lower Engine aus und dann sind wir alle happy. Dann hab ich nämlich meine Tasks weg. Perfekt. Dann kann ich ab jetzt untersuchen und gucken und aufpassen und so weiter. Benni? Wo ist dieses, wo ist dieses, wo ist dieser Gang? Wo ist dieser Gang? Wo ist dieser Gang? Wo ist dieser Gang gewesen? Ist das hier? Ist das die Kamera? Ne, hier ist keine Kamera, oder? Wo ist dieser Gang, wo der gerade Count hinterher ist? Benni ist gerade irgendwo Count hinterher. Wo ist dieser Gang? Ja. Das war meine letzte Task? Okay, ich war der letzte. Oha. Victory! Ne, einer von uns war der letzte. Wir haben über Tasks geschaut, oder? Nice. Der einzige Poster zu sein Zweimal Was ist hier für die Fansspieler, nicht für dich? So, okay, Tasks sind erhöht Dann mach ich sie nicht mehr Stimmt, die Anzahl war ja noch vom letzten Mal, wo wir zu fünft waren Das ist ein bisschen schwierig Du hast mich gesehen, aber du warst zu leicht gläubig Was ist das doch? Ah scheiße Und wie er das war Ich geh einfach drauf vorbei Ich wusste, ich hab sie doch Ja, ich lass mich zu leicht vor unsichern Können wir trotzdem gleich bei Mira machen? Trotzdem hat sich Benny Weird verhalten Aber gut, dann war es nicht Okay, da ist er schon, ja dann brauche ich auch nichts machen Hmm, irgendwie Hmmmm Mhm, hmmmm Hmm, hmmmm Hmmmm Xeon kam hier gerade her Ja, alles gut Counter hat vermutlich auch den Müll gemacht oder sowas ähnliches Regy-Xeon-Counter, alle auf einem Haufen Counter macht da unten bei Shields was. So. Machen wir den Download fertig, in der Hoffnung, dass wir es können, weil es ja immer gerne mal ein bisschen dauert und gerne kommt er genau dann, wenn man das macht, der Report. Aber es kommt kein Report. Sehr schön. Wunderbärchen. So. Auch sehr schön. Oh, da kam plötzlich Robtschuh her. Habe ich gar nicht gemerkt. Und Benni ist tot. Okay. Und Xehan hat ihn gefunden. Wo ist er? Also, ich bin der Wissenschaftler, erstmal vorneweg. Wo ist er? Der ist noch nicht, ja, Moment. Der ist noch nicht lange tot gewesen. Ich möchte mal gerne wissen, wer von euch gerade als Letzter aus Navigation rausgegangen ist. Oder wer noch was gesehen hat. Ich würde gerne wissen, wo er liegt. Ja, in Navigation. Alles klar. Ich war auf der komplett anderen Seite und Robtschuh ist mit da entgegengekommen. Robtschuh war auch gerade beim Admin-Table. Warum ich das frage, warum... Nein, er war bei Security. Bist du doof oder was? Jungs, 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 warum ich das frage, ist, ähm, ich hatte den, ich hatte den in der Nähe von Navigation noch gesehen, genauso wie alle von uns. Also, wir waren da ja eine Zeit lang, waren wir da zu fünft, glaube ich, zusammen und ich war ja nur schon runtergegangen, weil ich zu Admin musste und ihr wart da noch geblieben. Also, das war mindestens, das war mindestens Conan, Jan und noch irgendwer. Ich war bei Navigation. Hast du die Möglichkeit eines Shape-Shifters eigentlich eingestellt? Ja. Okay, alles klar. Das gibt's. Hey, Robtschuh war doch gerade beim Admin-Table jetzt. Äh, ich kann sagen, ich war nicht ein einziges Mal in Navigation diesmal. Ja, du bist... Du kamst gerade, du kamst gerade von oben von Weapons, als ich dich kurz gesehen habe. Ich war nicht bei Weapons und nicht bei Navigation. Nicht ein einziges Mal. Ich bin nur noch, ich bin nach links gelaufen. Ich bin straight von Admin nach Electrical gelaufen. Straight. Ich war nicht einmal rechts. Safe. Okay, also entweder lügst du oder ich hab das falsch gesehen. Wie soll das denn straight gehen? Da sind doch Kurven, die du laufen musst. Ja, ich hab aber... Ich hab keinen Umweg gemacht. Ich bin direkt von, nachdem ich die Karte geschafft hab, nach Electrical gelaufen. Da hab ich Robtschuh auch gesehen. Robtschuh, ich bin... Wieso sagst du, du warst nicht beim Admin? Also, wir reden... Ich war bei Admin, ich war nicht bei Navigation. Ich war auch nicht bei Weapons. Ich red doch nicht mit dir, Jan, ich red mit Robtschuh. Ich war nicht mit Admin. Was war das für ein Quatsch? Natürlich, ich hab gerade die Karte gemacht, die Karte da reingeschoben und dann standest du da hinter mir. Ich karte, das schiebt man da nicht rein, das schiebt man da durch. Ja. Also, aber dann standest du da neben mir. Ich war... Digga, komm. Ich wollte es doch mal sagen, falls das irgendjemandem hilft. Er war maximal 20. Folgendes, ich würde Robtschuh clearn, weil Robtschuh war die ganze Zeit in Richtung links, also Storage Electrical und ist mir jetzt gerade in Richtung Admin entgegengekommen. Wer war denn das dann, der bei mir stand? Ich war nicht einmal rechts, so viel kann ich sagen. Also, ich war auf dem Weg nach Admin, aber da war schon, dann wurde hier doch hier geportet. Also, ich war kurz beim Admin-Table, aber bin von da aus dann ja zur Leiche gerannt. Aber das ist auch schon... Wo der mir gerade entgegengekommen ist, Robtschuh? Das ist auch schon... Nee, ich hab geworfen, dass du uns gegenwotest, das wäre lustig gewesen. Ich bin safe. Das war doch safe. Jan, du bist straight, oder? Das war natürlich war das Robtschuh, der mit hier... Die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau, der stand gerade bei mir. Ich bin doch nicht bescheuert. Doch. Kommt auf den Preis an. Das macht jetzt schon wieder alles sehr verwirrend. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Haben wir 99%ig sicher. Okay, wir gehen das zum Reaktor, das Ding ist weiter weg. Ja, schön. Ich würde mal hier gucken, ob man irgendwas sieht. Robtschuh läuft durch den Gang ganz links. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe euch doch gerade noch zusammengesehen. Wen euch? Dich und Jan. Wo ist denn die Leiche? Die Leiche ist, ähm, ja, Electrical, dann raus und dann rechts. Ja. Ah, okay. Also ich habe halt, ich war mit Jan eben in Electrical und ich glaube, ja, du kamst mir draußen entgegen oder sowas, irgendwie sowas. Nee, ich bin gerade aus Electrical rausgegangen. Ja, oder so, oder so rum. Ich weiß es nicht, weil ich habe auf jeden Fall beide Leute von euch da in der Nähe gesehen. Also Robtschuh war gerade irgendwo rechts. Ganz weit, ganz weit rechts. Hä, du bist der Lars doch wieder für den Müll. Ich habe auf die Kameras geguckt, da bist du gerade durchgelaufen. Willst du das wissen, wo ich war? Ja, weil ich auf die Kamera geguckt habe. Ja, genau, ey. Er stand wirklich an den, er stand wirklich an den Kameras. Ich würde deswegen auch... Ja, Kameras, Schmarras. Ich würde deswegen auch sagen, dass es relativ wahrscheinlich nicht Conan war, weil ich habe ja die ganze Zeit immer wieder auf die Weidwitz geguckt und als der Tod umgefallen war, habe ich Conan gerade gesehen. Ich wollte dich da mit Klirnroppschuh übrigens nicht verdächtigen. Achso, ja, dann ja, richtig. Also ich habe dich auf der Kamera bei dem Gang zwischen Navigation und Shields gesehen. Da war ich irgendwann mal, das kann gut sein. Also ich würde gerade aufgrund der Faktenlage irgendwie zu Selfreport tendieren, aber ich habe auch Reggie die ganze Runde nicht gesehen. Also ich weiß, keine Ahnung. Du würdest auch Selfreport tendieren, aber du hast doch gar nicht viel portet. Also ich war im Navigation am Ende. Ich war es nicht. Hast du den bei Navigation, der an dir gesehen konnte, auf den Kameras? Ja. Nee, es hat nur Rob Schuh gesehen, der dadurch gelaufen ist. Wo war die erste Leiche noch mal? Okay. Die erste Leiche war bei Navigation. Die war in Navigation. Nein, die war in Navigation. Hä? Nein, Navigation. Okay, Rob Schuh labert scheiße. Also die erste Leiche war in Navigation. Ich dachte, die war admin. Ja, Rob Schuh tut Rob Schuh, denke ich. Alles gut, alles gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon mal Skipp geworfen. Ich meine, Tasks sehen gut aus aktuell. Ja, also ich bin jetzt fertig. Ich habe ja meine Tendenz schon gesagt. Ja, ich muss noch ein paar machen. Mann, ich war mir sicher, wir wollten jetzt Reggie raus. Schade. So. Genau. Ich bin auch gleich fertig. Nicht mehr viel zu tun. Dann können wir ein bisschen gucken. Ja, komm. Wenn wir schon hier stehen, kann man das gleich mitnehmen. Das heißt mitnehmen, das muss ja gemacht werden. Okay. Muss niesen. Entschuldigung. 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 Na, Entschuldigung. Dreimal hintereinander ist ein bisschen unangenehm. Konnte mich nicht schnell genug gut. So, letzte Task. Und fertig. Und fertig. Alles durch. Alles durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also. Mir kamen gerade ein Conan Q89 und ein Conan Q89 entgegen. Der eine hat den anderen getötet. Ich bin dem anderen Conan Q89 hinterher gelaufen. Und der hat sich in Reggie verwandelt. Das habe ich genauso auch gesehen. Also das ist relativ eindeutig. Das sah so geil aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ey, eben sag ich. Reggie, Reggie. Ich habe dich verdächtigt seit Runde 1, weil du in der ersten Runde fast nichts gesagt hast. Ja, ich weiß. Aber ich war nicht sicher. Ich war nur ein Vater. Oh wait, ich wurde von Conan getötet. What the fuck? Ach, Conan war das auch. Ich bin versuchend zu Conan gelaufen. Kann ich bitte mal auf? Wer hat denn? Wer hat denn? Also der ist der erste, der stirbt. Wie hast du denn den zweiten? Wie hattest du in der zweiten Runde den Kill gemacht? Reggie, hattest du dich da auch verkleidet? Ja, er hat mich als Conan umgebracht. Ja. Als Conan, okay. Ja, okay, nee, da habe ich das tatsächlich nicht gesehen. Weil ich habe nur zwei. Weil ich habe nur Rot und Bronze in der Nähe gesehen. Zum Glück habe ich das nicht gesehen. Sonst hätte ich gedacht, das wäre Conan gewesen. Weil das wäre fast hingekommen. Weil als ich dem echten Conan begegnet bin, stand er ja an den Kameras. Und da ist er an Wendt. Und der Wendt ist mit dem in Electrical verbunden. Das ist das Einzige, was mich gerade gewundert hat, Reggie, dass du nicht weggewandet bist. Dann hätte ich dich nicht verfolgen können. Achso, ja, das habe ich vergessen. Okay, perfekt. Ja gut, dann hätte ich... Aber das war halt knapp, weil ich bin ja auch gerade um die Ecke gekommen. Spätestens in dem Moment war ja klar gewesen, dass... Richtig, richtig. Dann wäre es per Ausschlussverfahren, dann hättest du mir halt nur noch glauben müssen, dass ich ihn nicht gerade umgebracht habe. Ja. Also das war jetzt die Wahrscheinlichkeit von 1.343, dass ich jetzt dreimal hintereinander Imposter war, in den drei Runden gespielt haben. Jetzt kommt er wieder mit scheißen Mathe. Verpiss dich. Alles klar. Weg mit Mathe. Äh, Mira, Mira, Mira. Ah ja, Mira, alles klar. Ja, bitte. Mira, 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 Mira. Und los. Ja, das ist so fortwärts. Das wird eine reine Raging Imposter-Aufnahme jetzt. Ich, 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 ich. Raging Ball. Ich, 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 ich. Willen. Ich will nicht. So. Okay, wir haben hier nichts zu tun. Das ist schon mal krass. Wir haben den kompletten Anfang nichts zu tun. Und ich muss hier rein. Okay. Ach, wen interessieren denn die Lights? Zack. Boom. da drüben ist noch was was ist das denn kenne ich das schon was ist das denn das sind kristalle das sind blätter dann ist das tier der lag vor dem der lag vor dem admin table und ich kann nicht sicher sagen wie lange der schon tot ist also ich freue ich bin mal wieder wissenschaftler ich kann nicht sicher sagen wie lange der schon tot ist weil ich länger nicht drauf geguckt habe aber ich sag mal so 30 sekunden max ok also ich bin gerade in reaktor laboratory ja und ich würde also ich würde relativ sagen dass es nicht relativ sicher sagen dass es nicht konneku 89 war weil er mich die ganze zeit eigentlich bei mir und links um die herumlaufen sehen aber nur das nur so was kennt erst gesehen habe ich habe ich auch gesehen aber es ist trotzdem nur zu 80 oder 90 prozent ich möchte ich nicht die ganze zeit gesehen ja weil ich habe ja ich habe ja noch leben gesehen der hat nämlich mit mir zusammen das licht ausgemacht aus wenn dann aber sofort wieder runter gerannt und ich habe mich leider nicht das licht ausgemacht habe ich definitiv gesehen nein das war ich warum das licht ausgemacht okay das lassen wir mal so dass wir mal so stehen ich weiß was ich weiß was ich gesehen habe ja ich weiß was ich gemacht habe ich hab das licht ausgemacht du warst auch da also ein licht ausgemacht by the way aber ja 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 auch jetzt mal auch gern war auf jeden fall da so er war auch dabei ja also ich kann wie gesagt nichts sagen war reaktor laboratory deswegen war ich auch wo ich gesehen hatte dass da einen gefallen war weil ich auch gewusst und wurde war weil ich instinktiv direkt wieder da hochgelaufen also ich kann einen counter zu 100 prozent klären also ich kann mir nicht vorstellen dass es klären war ich würde ihn erklären gerade sonst keine ahnung ich finde es so komisch dass er jetzt meint dass er mich nicht gesehen hätte er doch kann sein dass du da warst so ach jetzt muss ich den ganzen weg ja dann mache ich erst mal hier dann mache ich erst mal hier den aber das ist ja die task ist ich hatte die bisher entweder ich hatte sie noch nie oder keine ahnung oder ich kann mich einfach nicht daran erinnern weil ich die sehr selten weil wir sehr selten auf dieser map sind und das eine spezielle map task ist aber hier gibt so wie die hier die ist auch sehr selten das heißt sehr selten die gibt es auch nur hier meine ich damit das wollte ich sagen so jetzt müssen wir zu der wird das ist ganz gutes trifft das trifft sich ganz gut wenn jetzt keiner nachkommt und das ist reggie ja das war es dann er rettet was ok robb hätte wahrscheinlich mitgeholfen aber das war schon kritisch so aber dann ist das wahrscheinlich tier deswegen da tiere ich darf diese dumme task nicht machen das gibt es doch nicht weil da hättest du mir doch eine sekunde länger gegeben hätte ich genau sagen können wer das war ich habe nämlich gerade das store log gelesen und der lag fast genau auf dem südwest sensor drauf und wenn ich einfach geguckt hätte wer zuletzt den südwest sensor passiert hatte also ich habe den texteintrag schon gesehen ich bin mit den augen noch nicht auf dem namen gewesen hätte ich genau sagen können wer das war vorne liegt das schon ein bisschen länger ja ich bin dann der leiche vorbeigelaufen weil ich den reaktor weg machen wollte den report hättest du den augen ok gut dann hätte ich dann hätte ich halt gesagt du warst du warst du warst es weil wer läuft denn an der scheiß leiche vorbei was glaubst du wer so was machen würde ja es ist immer wieder eine freude es ist immer wieder eine freude mit dir zu spielen ich spiele für den spaß und für die fans zu gewinnen ist okay für mich das konnte ich weil er war oben mit mir in admin und office und dann bin ich gerade runter gegangen zur gleiche ihr müsst verstehen Colin wird jetzt im video nachher sagen warum läuft er über mich drüber warum reportet er denn nicht weißt du aber daran denkt er natürlich nicht nein habe ich nicht gesagt weil ich es gar nicht gesehen habe ich wollte schon mal es gibt damit kann aber wenn sie ist jetzt zum vierten zu spät das gibt es doch nicht es gibt auch mal ist er wirklich gerade zwei oder vierten mal im poste er muss ganz gut oder haben wir mit wer war denn jetzt alles im post ich bin verwirrt ich bin es ist mal bitte eine sekunde warten vor dem reporten ich habe zu lange gewartet um den report zu also wir haben hier unten noch eine task und da oben und da oben haben wir auch noch richtig viel oha 7 3 0 4 5 sind das alles schnelle sachen viel aber schnell ok oh nein das ist wieder der upload na gut na gut ok ok was wollen die pfeile von mir ich habe nur noch hier ach die tasse bleibt ja übrig ok also kristall kristalle pflanzen pflanzen und zack wir haben sie endlich abgeschlossen diese tasse nice aber was wollen die pfeile von mir ja was soll ja ok der pfeil ist einfach ein pfeil wir ignorieren den pfeil perfekt so wo ist reggie gerade und was ist los der geile ach der ach der wendet ich denke schon was ok ja moin yo counter hast du es gesehen bitte counter please es war es war das sind das viele tagen machen muss reggie ist gerade zu xehanort gewendet und hat ihn gekillt und ist dann wieder von xehanort weg gewendet aber nicht mit mir junge ich hatte mit der schiffe bekommen also ich bin zufrieden das ist so lame weißt du das wen hast du gewartet reggie nein nicht schon wieder dieses spieler review nein los nein oh nicht schon wieder dieses spieler review wieso wie lange wie oft war es jetzt imposter reggie geh mal statistisch was ist hier los so liegt am server was ist hier los äh counter kannst du noch eine runde und dann wird es für dich zu benachter dann wie lange ist denn noch die aufnahme also wir sind bei 38 minuten wenn du sagst du willst jetzt gehen dann würde ich die aufnahme hier beenden ja mach nur eine runde dann gehe ich ok das war die frage gut das finde ich so einer muss noch rein einer fehlt noch ich will noch einmal rg als killer sehen wer fehlt also wenn wir dann er zerren achja er ist es wieder gegangen und wieder da tess tess hallo ja hallo ja jetzt zerrt man dich ich habe mir ausgefallen sorry ok alles gut eine sekunde ja 836 was mache ich mit mir ab ok mir so mehr du kannst hier alles ein jeder ja die kannst du dann für so sachen ausgeben für so kosmetik kam bin wieder da bin wieder da ja locker werde dann da lief ich dann ist die runde zumindest recht zu ende Ja, wow. Ich gehe dann schnell zum Button, okay? Hoppala. Ah, ich sehe es nicht. Okay. Jetzt sehe ich was. Nehmen wir noch auf? Ja, perfekt. So, diesmal haben wir hier zwei Sachen. Es hat mich vorhin noch gewundert, dass wir da nichts hatten. Was ist das? Das habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ach, das ist wieder so ein Warte-drei-Jahre-bis-es-weiter-geht. Okay, eineinhalb Minuten. Gut. Und wir haben, oh, wir haben wieder diese Kristalldinger. Interesting. Very interesting. Irgendjemand hat sich nicht gemutet. Okay. Kein Report. Nice. Gut, hier ist alles erledigt. Oh, zwei schon. Oha. Okay. Irgendjemand hat sich übrigens nicht gemutet, da hat man das Tasten-Klick die ganze Zeit gehört. Äh, das war wahrscheinlich ich. Moment mal, warum hab... Hä? Warum hast du Report? Ah, lol, du hast jemand... Moment. Hä? Hä? Also, nee, ich sag erstmal... Erzähl du erstmal, erzähl du erstmal. Also, der liegt zwischen... Wie haben die gekillt? Ja, erklär ich jetzt. Also, der liegt zwischen Admin und Office. Und, äh, der ist als zweites gestorben. Ich bin Scientist. Und als ich oben im Laboratory war, da war Benni schon tot. Äh, und da waren... Robio und Connor waren da schon bei mir, deswegen... Robio hat mich auch die ganze Zeit verfolgt. Äh, ich glaube nicht, dass es Robio ist. Außer er ist irgendwie, als ich unten das Warring-Ding gemacht habe, irgendwie dahin hochgekommen. Reggie? Reggie? Ja? Was hältst du davon, wenn wir beide Xehanort worten? Äh, nicht viel. Moment. Darf ich erstmal meine Seite der Geschichte erzählen? Ja. Nein. Ich wollte gerade Benni reporten, weil der liegt nämlich in der Cafeteria vor den Wires. Okay. Aber du kamst mir um eine Sekunde zuvor oder so. Interessant. Ähm, Counter war jetzt zum Schluss bei mir, glaube ich. Ja. Wir sind beide aus Laboratorien rausgegangen. Also wir waren jetzt bei Decontamination unten. Äh, Robio, hast du Connor irgendwie Wenden sehen oder so? Äh, nein. Okay. Ich habe ihn gesehen. Ja, Robio war am Anfang ein bisschen bei mir mit rumgerannt. Ich habe ihn gesehen. War mit dem Wenden nicht einmal. Und, äh, Counter, war Conan am Ende noch bei dir in der Nähe? Ja, wir standen nebeneinander vor der geschlossenen Tür. Okay. Wir standen vor der geschlossenen, so wie im echten Leben. Ja. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es, glaube ich, weder Robio noch Conan ist. Also es könnte ein Self-Report sein. Also ein versuchter Self-Report sein. Ein Self-Report, der die bist. Okay, ich wollte mich selbst, ne. Äh, oder Counter sein. Aber... Imagine, imagine, nice a kill, muss ich sagen. Ja. Es hat Spaß gemacht, beim Taggucken. Ja, okay. Na gut, schauen wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, in die richtige. Definitiv. Ja, sicher nicht. Wenn ihr nicht wartet, dann... Also, da unten ist was zu tun. Was ist das denn wieder? Ach, nee. Ich hasse. So. Hier ist jetzt nichts mehr, ja? Okay. Ah, das ist Wires. Ah, nee, Quatsch. Ach ja, ich muss ja da vorne den Knopf wieder drücken. Ah, wo geht das? Huch, wo kam er... Wo kam er denn jetzt? Wie schnell ist er denn? Hä? Okay. Aber wo... Okay, ich war kurz da drin. Ja, okay, das kann schon sein. Doch, doch, das ist schon möglich. Ich gucke jetzt nur mal kurz, ob da unten Reggie tot ist. Weil der war da so ein bisschen alleine. Nee, alles... Ist alles safe. Okay, interessant. Ah, hier ist alles safe. Ich brauchst jetzt zwar ein bisschen Zeit, wenn man da so rumrennt, aber was soll's. Jetzt ist er schon wieder hier. Leicht... Leicht bewirrt. Weil ich mir jetzt... Muss ich da mich jetzt... Ach, mein Gott. Ich dachte, die kümmern sich. Sind wir nicht schon jetzt genug hochgelaufen? Okay. Okay, also... Ich wollte gerade sagen, dass ein Robbju-Shapeshifter gerade bei mir... Äh... Ach, scheiße. ...das Ding gemacht hat. Weil ich hab auf Weihals geguckt. Ich hab gesehen, Robbjus tot. Und dann kam der Robbju... Ja, dankeschön. Ja, dann warst du das, Reggie, weil bei mir stand nämlich der Robbju. Ich wollte gerade den Reaktor fixen. Der tote Robbju liegt in Decontamination. Okay, dann ist Xehan. Ja, okay, dann hast du auf dem Weg nach oben den gekillter ist, ne? Äh, das war er nicht. Ich war schon lange ein Rektor, aber okay. Also entweder du da warst jetzt echt scheiße oder... ...Counter ist, äh... Keine Ahnung. Wie, was war das mit mir jetzt? Ich hab dich am Anfang eigentlich am meisten verdächtig. Aber wenn Xehan jetzt mich verdächtigt, dann kann's ja nur Xehan sein. Ja, aus meiner Perspektive ist es definitiv Reggie, weil der hat gerade meine Geschichte erzählt, quasi. Ich bin direkt als erstes zum Reaktor gelaufen. Also ob ich als ein Post auch so eine gute Geschichte erklären will. Und dann... Das ist aber kein Scheiß. Ne, ne, stopp. Ich bin direkt als erstes zum Reaktor gelaufen. Und dann kam's, äh, oder dann kam später ein Robbju hoch. Und der stand nämlich auch erst mal so dämlich, äh, rechts am... Der hat nämlich wieder den Robbju im Ruf gemacht. Der stand erst mal so dämlich am falschen... ...am falschen Reaktor und ist dann erst rübergegangen. Okay. Deswegen dachte ich schon, ah, das ist der echte Robbju, der will wieder trollen. Aber dann kam der Report. Ja, aber Moment. Also ich bin... Ich bin massiv... Ich bin auch massiv verwirrt gerade. Bist du denn Scientist? Nein, diesmal nicht. Ja, dann kann deine Geschichte nicht stimmen. Weil ich hab ja gerade gesagt, dass ich gesehen habe, dass er... Also ich hab Dichter... Du meintest doch, du bist Scientist, ne? Ja. Ja. Das heißt, du konntest... Du warst nicht vor Ort, du hast praktisch nur gesehen, dass er tot ist. Genau. Okay. Ich stand schon an dem rechten Ding da. Scheiße, Moment. Was? Moment. Hä? Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Du warst gar nicht da? Nein, er hat aus seiner Scientist-Sicht gesprochen. Ja. Also ich war beim Reaktor-Ding. Äh... Okay. Aber wenn du sagst, dass du auch beim Reaktor warst, dann kannst du... Ja, war ich. Ja. Warst du nicht? Also völlig was als Shape-Shift da. Ich hab Dichter halt nicht gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wow. Wenn wir jetzt... Also wenn ihr jetzt den falschen... Ich hab geskippt, wenn ihr jetzt den falschen rausgewordet habt, bin ich gespannt. Aber es ist... Will? Schon in gewisser Weise sass, ja, okay. Ja, okay. Ich hab mir immer direkt gevotet, aber du wolltest ja nicht. Weißt du, Reggie war genau der Falsche zu verdächtigen. Wenn er wieder Imposter gewesen wäre, wäre er auch instant rausgegangen. Ich hätte niemals... Ja. Ich hätte nicht Reggie verdächtigt. Ich war nur bei Counter so ein bisschen unsicher. Oh, mal drei. Oh, mal drei. Let's go. Ja, das Problem war, ich wollte die ganze Zeit... Also mein Plan war... Mein Plan war eigentlich, sofort Counter ausschalten und dann seine Identität annehmen und dann irgendwie so einen richtig dummen Move machen. Und dann... Und dann denken erstmal alle, ach ja, es war Counter. Und dann ist der Typ tot und dann denkst du dich halt so, hä? Ja, okay. Aber dann kann ich... Irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie irgendwas in der Richtung wollte ich machen oder mich einfach nur als Counter ausgeben. Aber ihr wart halt die ganze Zeit mit dem zusammen. Das war so ein bisschen dämlich. Und genau deswegen hab ich mich gekillt jetzt. War doch klar, dass du gesehen hast. Das wusste ich schon... Sehr schön. Aber dann sind wir am Ende des Parts angekommen. In den nächsten Videos ist dann Counter wieder nicht mehr dabei, weil der jetzt gehen muss, soweit ich das weiß. Und deswegen... Ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Grüß an Daniel. Grüß.